So, hallo liebe Freunde, zur Revanche bei den Game Warriors, Kevin vs. Alex, im Hintergrund läuft das beschissene Lied von Kraftklub. So, jetzt bin ich nicht nur Anti-Mainstream, sondern bin auch unbeliebt. Okay, bye, tschüss, auf eine neue Band, Kevin, drück. Nein, warum nicht? Immer Anti-Mainstream. Niemals Mainstream sein, denn sonst hast du keine persönliche... Ja, aber unbeliebt bringt's auch nicht wirklich. Kevin, du wirst uns die Hassperson auf YouTube, wie ich sag's dir. Nein, denn... Oh mein Gott, ich hab einen richtigen Knopf gedrückt. Legia Warschau. Okay. Ja, nimm halt Dortmund. Das sag, was ich nehmen soll. Dortmund. Borussia, meine Güte, keine Ahnung, eine starke Mannschaft. Das heißt, mein Hinblickst du mit gegen mich zu gewinnen. Wolfsburg. Das sind die Wolfsburg stark eingeschätzt. Leverkusen. Nimm was du mit? Kein Problem. Dortmund. Na, komm, hau rein. Ich muss dich nicht trotzdem ziehen. Ach, nee. Ach, komm, jetzt. Oh, ich hätte nicht gewinnen. Ingewar, Torlews, der nächste Soße zum Essen oder Name. Das ist irgendwann aus. Das ist irgendwann aus. Das kann ich nicht machen. Ja, aber ich auch so. Obwohl, das kann ja auch aus. Hey. Also eigentlich ist es voll komisch, weil jetzt spielt eine polnische Mannschaft gegen eine polnische. Ja, genau. Im Grunde genommen schon. Aber wenn eine Mannschaft mal richtig polnisch war in der deutschen Bundesliga, dann Schalke. Schaut's nach. Ja, ich hab's geschafft, Alex. Alex, schau mir zu. Oh, voll verkackt. Ja. Jetzt, pass mal auf, jetzt schaff ich das. Oh Gott, Kevin. Nein, ich schaff das jetzt. Bleib halt stehen in dem Bereich. Mein Gott. Ja, 200. Warte, warte, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Scheiße. Gott, Kevin, ey, wenn du schon so verkackst bei denen. Ja, rein die Teilung. Wie ein Bulldozer. Genug, Kevin. Okay, startet es. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Jetzt kommt jetzt mal wieder schön. Das man gegen Leger hat's jeden Tag. Ja, oh, oh. Alter. Alter, diese Szene war so spannend. Auch Marius, schon wieder. Wie kickst du sowas hin? Wer weiß, warum rennt die auch so raus wie Scheiße? Ja, aber wieder um einen Punkt. Wird sie verarschen. Damit ihr's wisst, Marius hat mit einem Punkt den C.O.D. verloren, weil es sein Teampartner mit National Eifer ausgerannt ist. Zweites Mal. So, und jetzt wollen wir aber mal spielen. Ich stelle dich. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Nein, 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 Anton. So hab ich mich vorher gefühlt, okay? Das war aber nicht die zweite Minute, okay? Das war nicht die zweite Minute. Ja, okay. Aber der Torwart, oh, grazil wie es so geht. Mit dem Fuß. Jeder Torwart weiß, mit dem Fuß kann man besser als mit den Händen. So läuft's leider. Aus der des Hans doch nicht mit dem Fuß. Schaut drei Profi-Torwart zu, die machen genau dieselbe Schei... Ähm... Kein Plan, um mich zu retten. Okay. Den selben Scheibenkleister einfach. Ja, genau. Den selben Scheibenkleister. Alex. Wobei es nicht als negativ gedacht war. Ich glaube, wenn du so laut bist, muss ich ernsthaft... Mann, nein, was macht der? Muss ich ernsthaft Audio runterdrehen, damit die Leute noch ihre Ohren behalten können. Oh, Alter. Was zum Teuf? Ich mach das laut, weil ich sehr weit weg vom Mikrofon bin. Das Mikrofon ist schon empfindlich, das weiß man. Schnell. Oh Gott, du kriegst ihn auch noch, Mensch. Diesmal macht Subotage kein Fehler. Äh. Alter. Äh, Leute, wenn ihr mal Ohren verlieren wollt, also schön, dass ich sie euch abschreibe. Äh, schrei. Dann. Ich bin immer laut genutzt, also. Kein Plan, einfach auf volle Volume. Verpasst nichts. Also zumindest von Bildmaterial her. Vom Ton halt natürlich schon, ne? Ach, komm. Endlich funktioniert das auch. Äh. Ah, deinen Namen nicht. Den, alter Junge, den hatte ich gerade. Wie kannst du den? Der ist mein noch. Alter, verarsch mich jetzt nicht. Was soll das? Ich drück dauernd angreifen. Und ich krieg den auch jedes Mal. Ja, so wie es mir vorher. Du hast die ganze Zeit den Eindruck. Nein, aber ich hatte den jetzt mehrmals gehabt. Und du hast einfach nur verkackt bei den ganzen Taktik-Spielen. Als ob jetzt. Das Spielgabe, dass du überhaupt doppelt spielen darfst. Nee, ehrlich, was soll das? Oh. Guck und sowas, meine ich. NPC rennt in den Pass rein. Bei dir die ganze Zeit. Äh, letztes Mal. Yeah, NPC. Oh, komm schon. Ah, ja. Ah, ja, komm. Ha. Alter. Schon wieder beim Torschuss. Ja, Torschuss, wenn du so nennen willst, aber okay. Ja, Schuss aufs Tor hält. Ich will zum Torwart. Ich wollte, aber es ging nicht. Ich weiß nicht, wieso. Na, nehmen wir mal ein bisschen das Tempo raus. Oh Gott, die haben besser. Nimm mal ein bisschen das Tempo raus. Okay, gut. Nimm mal ein bisschen das Tempo raus. Ich klicke einfach meinen Controller kurz auf den Tisch. Nee, okay. Nein, fuck. Mann. Was ist das? Ich geh da nicht drauf. Ja, das ist mir schon klar, aber das ist manchmal immer so ein bisschen dumm, wenn man es annimmt. Bei den Verloren. Ich hab den Georgi bei dir. Du wirst verlieren. Alter, Georgi, scheiße, die Fußballnation schlechthin. Ja, übel, sie hätten fast Deutschland auseinandergelegt. Ich mein, guck dir an. Kobias Willi und Thomas Willi. Genau, Kevin, so läuft das. So läuft es in Georgi. Okay. Hey, 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 hey. Wie schweiler du dich, wie schweiler du dich? Niemals. Oh, scheiße. Fuck. Oh, gut, 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 gut. Oh, gut, oh, gut, oh, gut. Scheiße, heilige Scheiße, das ist jetzt richtig ne Herausforderung. Du bist ne Herausforderung für deine Eltern. Na, das kann man schon so sagen. Äh, nee, bei dem Vergleich zu anderen bist du auch. Okay, okay, gut. Ich versuch' nie anzugreifen. Spieler kommt, will den Ball abnehmen. Scheiße, frikt auf die Felschen. So läuft es nicht mehr angehalten. so läuft das auch oft wird Korsetki los! Werdoljak los! So habe ich versucht es wie ein Inder zu sagen. Warum laufen meine Spieler alle auf einen Haufen? Ja viel Gründenformation bei mir oder was? Ich habe sogar noch umgezieht, aber auch egal. Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Das Beste ist, wenn er trotzdem nur 1-0 gegen mich gewinnt. Mann! Na gut, ich darf nicht zufrieden. Der hat auf seiner Schulter den Ball balanciert. Alter, du sagst, Alter! Junge! Das war jetzt viel zu hart. Scheiße! Oh, jetzt darf ich mal was tun, was ich nicht immer tue. Ich weiß, ich wollte mich challengen. Ah, schade, ich weiß, Alex, das ist die extra Challenge, weil ich halt so die starke... Die extra Challenge bei FIFA ist, dass du Freistoßtore rein kriegst. Das ist fast unmöglich. Also ich krieg's gelegentlich hin. Ja, aber ich darf das halt nicht so oft. Und deswegen... Also ich verkackert meistens dabei hin und wieder konzentriert. Ich weiß gar nicht, das ist ja nicht so... Ja! Meiner! Hier! Zurückspielen! Hey! Zurückspielen! Los! Volle Ball mit euch! Ja! Also... Arbeitet man in der polnischen Liga mit Helium oder was? Ja, natürlich! Helium ist das so ein Aufprutschmittel für die Polen, du! So läuft's! Die werden leichter, geschmeidiger, schneller, sportlicher! Scheiß Loper! Ja, genau so wie die Russen! Die haben ja auch irgendwie so Xenon-Gaseingarten bei den Olympischen... Xenon? Ja! Und dann hat es irgendwie eine Reaktion im Körper gegeben... Es ist nicht bisschen abgehoben gefährlich, was weiß ich? Ne, ich weiß nicht! Also ich weiß, es war irgendein Heligas, den die benutzt haben, um irgendwie nach einer Reaktion im Körper aus... Wahrscheinlich haben sie, damit es nicht auffällt, dass sie so viel Xenon gekauft haben, haben sie einfach so Xenon-Scheinwörter genommen und das ganze Gas dann rausgetrunken. Ja, bestimmt! Ach, Mensch! Ne, aber es war wirklich so, irgendein Heligas haben die benutzt, die haben sie halt eingeatmet und das hat nachher irgendwie so eine Reaktion im Körper ausgelöst... Halt, dass die Droge im Körper ist! Ja, 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 aber schau mal, ihr habt so mein Abspiel gesehen, ihr habt so meinen Abschluss gesehen, das war so geil! Mein Abschluss war geil! Yeah! Perfekt gespielt, so wollte ich's! Also, die Flanke war gewollt, aber das ist so komplett... Naja, egal, hat's ja trotzdem gefasst! Yeah! Hey! Mein Gott! Ich leg meinen eigenen Spiel um, du kriegst immer noch nicht den Ball! Du hättest dich Dortmund nehmen sollen! Aber hey! Ich halt mich gut! Du hättest dich sehen, wenn ich mal Bayern genommen hätte! Alter! Warum schießen wir eigentlich die Kopfbelema auf den Boden? Wie kann man das abstellen? Oh! Fast erwischt! Fast erwischt! Ja, komm, jetzt komm ich aber! Du darfst nicht gewinnen! Letztes Mal war schon genug! Ja! Sag was! Okay! Ich hab' damit gerechnet, dass ich den Ball krieg, ehrlich gesagt! Nein! Jetzt schon, aber ich darf ja nicht! Wie letztes Mal! Oh! Alter! Was war das? Ein gutes Stellungsspiel! NPC-PTL auf dem Weg! Ah, Mann! Ja, ja, ja! Ein netten Schuss, das war ein schlechter Ansatz für eine Flanke! Ein sehr schlechter Ansatz! Jetzt! Oh, nee! Dann prall's dem an seinem Fuß ab und er kann passen! Oh! Du! Du! Alter! Du! Du! Der Torwart hat niemanden Ball! Können wir noch nochmal aufatmen! Und ich dachte, Dortmund wäre schon komplett durchgedreht! Und Achtung! Genau! Und Achtung! Und Achtung! Und Achtung! Und Achtung! Ich schätze Dortmund wirklich sehr, aber die haben halt wirklich, verkackt! Am Anfang! Jetzt haben sie es ja irgendwie wieder im Griff! Einigermaßen! Naja, ja! Immerhin werden sie nicht absteigen! Oh, oh! Heiß! Heiß, ja! Komm schon! ich schieße tor mit deinem landsmann damit du dich schlecht fühlst der hat nie weil wahrscheinlich ich weiß ich sagte doch landsmann verdammt und nicht stadtmann wird was das lust hat ja mein gott wo ist meine defense wobei mein tor jetzt verliert er kommt jetzt gleich nein ich bin auch voll motiviert gerade solche nein und das ist aber das ist aber das ist aber das ist aber auch hier schönes Ding schön auf den letzten Verteidiger dass ich jetzt wegnehmen kann genau so jetzt und jetzt scheiße zufrieden das war das jetzt halt an das ist das kreativ sein differenziert spielen hat immer die gleiche Taktik verwendet man muss konzentriert sein nein abseits abseits ich hab nein Gott ich will die ganze Zeit schon schießen und du kriegst noch grad noch so jedes mal einen Ballkontakt ja was willst du sagen ich will deinen Stürmer aus den Ding aus holen ich sag dir weh ach komm komm was ist das wie gesagt du weißt jetzt wie es mir ging vorher nein 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 da kommt ja 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 da ist klar und ich bin richtig bitter richtig bitter ich fühle mit dir im Innersten ich weiß schon was du spürst ach scheiße vorspielen das war nur vorlegen ja den kriegst du nicht zu oh 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 Marius ist verwirrt mann wie habe ich da die Flanke durchgekriegt Stefan Bereschinski Bereschinski anna dem nein 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 allein ich sagte nein nicht dorthin Dortmund nein dorthin Ok Dann machen sie nicht noch mal das Komm schon, nicht ne Ecke ausgehen, ja toll So läuft sie auch, ne? Oh, warte, das ist mein oder das einer? Ja das war meine Wuh, knapp vorbei, so vorbei alter Markus krieg halt Epilepsie bei der Schockladung, gell? Oh, 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 oh Schnell, Kuratschik los, los, ja, ja Lauft, lauft meine Dortmunder, Bine Meier, Bine Meier, Bine Meier Oh, Scheiße Ja, 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 oh, schön, ich habe nicht gedrückt, dass der Torwart rauslaufen soll und dann macht es automatisch, oh, 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 weil der rausläuft, weil der rausläuft einfach, oh, wer da drin geblieben, der hätte es so gekriegt, okay, sorry, das musst du mir jetzt einfach mal gönnen, weil es so voll ist, man, oh, ich hatte oft genug Schossen gehabt und da hätte es ein Tor werden können, also, aber ich hatte auch oft genug Schossen, es ist auch kein Tor geworden, Ich meine, in zwei Ecken gerade eben, vor allem, ja, die eine Ecke war geschenkt, die habe ich einfach im Kopf mal ins Haus reingehauen, Junge, jetzt, oh, Gott, scheiße, ach, Gündogan, der kann doch eh nicht hochschießen, Alex, ich gebe mich mit einem Unentschieden, nicht zufrieden, okay, wenn es drauf ankommt, spiele ich mit dir gerne auch Verlängerung oder so, ähm, Ja, im Grunde genommen, bei den zwei Spielen hätte ich dann gewonnen, also tolle Ferienz, wenn ich jetzt so ganz auf was es geht, es ist mir scheißegal, weißt du das, ja, kann ich mir vorstellen, jedes Spiel Karolspiel, aber ich kann ja ruhig noch einen Tor machen, das macht doch nichts, was soll das, Du kannst dir jetzt meinsthetischen Replay, wer staunen, wie ich die ganze Zeit A drücke und mein Spieler nichts macht, Der hat irgendwie was versucht, nein, hat er nicht, doch, hat er schon gesehen, der hat ein, ein Hoppser, ein, äh, ja, undefinierbaren Versuch, sich vom Boden, Hoppser, sich vom Boden abzuheben, um, indem man die Gravitation abzieht, ach man, so kann das, Kein Ihren Tor, ich sag's dir, alter, was soll das, passen, 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 wird nicht gepasst, jetzt bist du schon wieder im Angriff und ich hab keine Chance, dir den Ball wegzunehmen, Jetzt, nein, nach die Zeit sind eigentlich, zwei, das reicht mir nicht zum Angreifen, oh Gott, scheiße, man nicht mit dem, was, nein, der könnte ihn jetzt noch den Ausgleich haben, Fick sich mal, dein PC, nein, das gibt's doch echt nicht, in sechs Minuten, alter, das kann nicht sein, du schießt ein einziges Tor, meine Mannschaft kann da nicht mehr Fußball spielen, was soll das, Ach, komm, ist das dein fucking Ernst, sobald du ein Tor schießt, gewinnst du das Spiel, egal wie viel steht, naja, gut, dass er doch unentschieden rausnehmen kann, Nein, ich will Angriff machen, naja, keiner läuft vor, ach komm, ich bin jetzt echt beleidigt, ich bin nie wieder mit dir, FIFA, Ach komm, Kevin, jetzt sei nicht so, Nein, wenn ich halt nicht, äh, das machen kann, äh, was ich drück und, äh, Ich weiß, wenn ich eine noch stärkere Mannschaft nehme und so wieder irgendwie halbe, Ja ne, wenn du Indien nimmst, weißt du, was dann passiert, dann schießt du in der 80. einfach so viele Tore, Das ist, ja, ist so, du hast in der 80. Minute zwei Tore geschossen, Ach komm, das kannst du besser, Kevin, Mann, was solltest, Das kannst du besser, Ja, könnte ich schon, wenn halt ich nicht so krass benachteiligt wäre, Aber, FIFA hat noch die andere Möglichkeit, Liga zusammen, zusammen, Das könnten wir mal machen, aber das würde ich jetzt noch nicht machen, Das müssen wir uns absprechen erstmal, Okay, also, Ihr könnt vielleicht mal in die Kommentare schreiben, verdient oder unverdient, Ich finde unverdient, Und, eure Meinung interessiert uns, einen Scheißschreck, nein, Spaß, Ihr seid wichtig für uns, Ich hab' noch gut gar noch davon dich gesagt, Und sich ein Scheißschreck... Ach du hast da gespawnt... Ich würd sagen, dann Verabschiedung während Markus im Hintergrund auch noch von Raged, Weil, zu Recht, weil nämlich der Gegner hinter ihm spawnt, Und dann sein eigener Spawn wieder dorthin versetzt wird, Wo der Gegner gespawnt ist, Okay, komm, Also, Verabschiedung... Okay, komm, was ist denn? Auf Abschiedung jetzt. Ja! Also jetzt. Bye! Bye! Was sollte das? Hm? Was sollte das? Warum hast du jetzt noch so geschrien? Darf ich nicht? Nein, ich muss jetzt wegen TTS Audio. Ja, das war mein Name.